Ja, der ist so schlecht. Da eben so hinterher. Ja, der ist so kacke. Der kommt jetzt weg oder was? Ja, der Typ ist so bodenlos schlecht. Das ist schon respektlos. Also hier passieren gerade Sachen, die ich nicht verstehe. Du bist hier gerade ganz kranke Sachen, die ich nicht verstehe. Was meine Augen hier gerade sehen müssen. Geh mir den. Ich will den. Bitte geh mir den. Ja, ja, ja. W ist in Chat. Das sind gute Kills. Mann, Digga, der Knecht ist wirklich, das ist wirklich ein Knechtertyp. Er will die ganze Zeit auf Heile gehen, ne? Ich habe ein Problem. Nein, Digga, er rutscht so komisch in mein Bild rein. Fuck. Na, ja, das meine ich. Scheiße. Scheiße. Komplett scheiße Komplett scheiße Komplett scheiße Komplett scheiße Komplett scheiße, alles mit scheiße hier Gut Gut Ich hab's gecallt Ich kann's clippen, ich hab's gecallt, wenn ich im Wasserland bin ich tot Und ich land genau in diesen scheiß Kante drin, wo Wasser ist Lol Geiler Kill Geiler 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 Ich hab da nicht hingedrückt in die Richtung. Ich bin tot, weil mein scheiß Hammer verpackt ist. Das ist so geisteskrank. Können wir uns einigen, dass das mein Tower ist? Ist das für alle Beteiligten in Ordnung? Das ist dein Tower. Ich grün dir. Es ist so nicht mein Tower. Dann sorg dafür, dass es deiner wird. Hau mal bei Anspruch in den Tower. Ich hab Strinddruck. Jus, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Keiner Mets mehr. Wir haben keinen Hammer, Jus. Ja, es passiert so viel Scheiße auf Hyping in Solos mit nem Hammer in der Notation. Ein langer Hammer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Richtig. Nimm mich mit, nehm mich mit, nehm mich mit. Das ist geil. Ach du scheiße, what the fuck. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.